Der neue Expertenstandard für die Pflege von Menschen mit Demenz mit dem Fokus auf Beziehungsarbeit unter fachlicher und methodischer Begleitung des wissenschaftlichen Teams des DNQP. Erfahren Sie mehr dazu in dieser neuen mehrteiligen Podcast-Serie. Die Hintergründe, Moderation von Markus Klug, produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Uni Wittenherdecke als Teil der Landesinitiative Demenz Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen, hier Markus Klug. Ich begrüße Sie zu der mehrteiligen Podcast-Serie der neue Expertenstandard in der Pflege von Menschen mit Demenz. Dieser neue Expertenstandard mit dem Schwerpunkt auf Beziehungsgestaltung wird zunächst von Januar bis Juni 2018 in einzelnen Pflegeeinrichtungen, ambulant, stationär, im Krankenhaus, modellhaft eingeführt, um zu sehen, wie dieser neue Standard angenommen wird, vor allem in der Praxis. Was sich genau dahinter verbirgt, darüber habe ich mich heute in der Sendung mit Prof. Dr. Andreas Büscher unterhalten von der Hochschule Osnabrück. Und Herr Büscher leitet das DNKP und DNKP bedeutet Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Und das Thema der Beziehungsgestaltung ist der Schwerpunkt in dem neuen Expertenstandard. Und Prof. Dr. Andreas Büscher wird heute Frage und Antwort dazu stehen. Und vielleicht erst mal vorab, Herr Prof. Dr. Büscher, Was ist denn eigentlich der Schwerpunkt dieses neuen Standards? Was können wir uns genau darunter vorstellen? Vielleicht das erst einmal vorab. Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, das DNKP, hat es sich seit einiger Zeit ja zur Aufgabe gemacht, Expertenstandards, Standards für die Qualitätsentwicklung in der Pflege zu entwickeln, zu konsentieren und zu implementieren. Wir haben dort verschiedene Standards entwickelt. Wichtig ist zum Verständnis vielleicht, dass der Begriff des Standards nicht ganz so viel damit zu tun hat, etwas zu standardisieren, sondern er hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir ein sogenanntes Leistungsniveau festlegen wollen. Das heißt, wir wollen festlegen, was kann eigentlich der pflegebedürftige Mensch, was können seine Angehörigen von der beruflichen Pflege erwarten. Das ist das, wie ein Expertenstandard definiert ist, ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau. Das ist sozusagen das Erste. Dann darüber hinaus ist natürlich wichtig, wer stimmt dieses Leistungsniveau ab. Und dazu haben wir Expertenarbeitsgruppen mit Leuten, die sich zu dem jeweiligen Thema auskennen. Wir führen eine Konsensuskonferenz durch, wo wir das einer großen Fachöffentlichkeit zur Diskussion stellen. Und wir führen im Abschluss noch ein Implementierungsprojekt durch, weil bloß davon, dass etwas aufgeschrieben ist, heißt es noch nicht, dass es in der Praxis umgesetzt werden kann. Deswegen implementieren wir das Projekt. Und erst danach ist der Standard sozusagen abgeschlossen. Und jetzt ist die Frage, was hat uns bewogen, einen Expertenstandard für die Pflege von Menschen mit Demenz zu machen und auch dort speziell die Beziehungsgestaltung in den Blick zu nehmen. Das DNQP hat sich schon seit langem damit befasst und hat gesagt, wir müssen etwas zum Thema Demenz machen, weil die Demenz eine der großen pflegerischen Herausforderungen ist in allen Bereichen, ob in ambulante Pflege, ob im Pflegeheim. Und mittlerweile hat es auch jeder verstanden, dass es auch im Krankenhaus ein Riesenthema ist. Dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen einen Expertenstandard dazu entwickeln. Jetzt weiß natürlich auch hier, dass die Pflege von Menschen mit Demenz sehr vielfältig ist, sehr viele Facetten hat und dass es den einen Expertenstandard für die Pflege bei Demenz nun schlecht geben kann, weil es viele unterschiedliche Themen sind, um die es geht. Und wir gehen dann immer so vor, dass wir mit den Experten und Expertinnen, auch mit der wissenschaftlichen Leitung des Standards vorüberlegen, gibt es eine Möglichkeit, den Standard einzugrenzen oder auf irgendetwas zu fokussieren. Und da ist in diesem Fall die Entscheidung relativ früh getroffen worden, zu sagen, wir konzentrieren uns wirklich auf die Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, weil eben gerade die Beziehung und auch die gestörte Beziehung zu jemandem, der an Demenz erkrankt ist, einen Großteil dessen ausmacht, was an der Versorgung halt problematisch ist. Und das nun anzugehen und zu schauen, wie kann Beziehungsgestaltung in allen Bereichen der Pflege sinnvoll gestaltet werden, wie kann sie so gestaltet werden, dass tatsächlich eine Beziehung entsteht und dass diese auch noch eine für alle Beteiligten hoffentlich positive Wirkung hat, das erschien uns dann Anspornen und auch ein guter Gedanke zu sein, den Standard in diese Richtung zu konkretisieren und in diese Richtung zu entwickeln. Was sind denn Qualitätskriterien für die Gestaltung einer Beziehung? Das Erste, was einem ja so in den Sinn kommt, ist, dass man denkt, Beziehung und Standardisierung, wie kommt das denn bitte schön zusammen? Also die Frage, was Beziehung eigentlich ausmacht, die ist natürlich tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil jeder Mensch im Laufe seines Lebens ganz vielfältige Beziehungen angeht. Und in der Regel haben wir ja bei Beziehungen immer im Hinterkopf, naja, jemand ist uns sympathisch, dann lassen wir uns vielleicht auf Beziehungen ein oder jemand ist uns weniger sympathisch, dann machen wir das nicht. In der Pflege ist es ja nun so, dass seit langer, langer Zeit eigentlich immer schon beschrieben wird, die Pflege ist ein Problemlösungs- und ein Beziehungsprozess. Und wir haben uns lange immer auf den Aspekt der Problemlösung bezogen, das auch wichtig ist, das muss auch so sein. Wir haben uns weniger darauf konzentriert, was den Beziehungsprozess eigentlich charakterisiert. Und wenn man das jetzt nochmal unter Professionalisierungsgesichtspunkten sich anschaut, wir gehen einfach immer davon aus, die Pflegenden machen das schon irgendwie, aber man stellt fest, das ist gar nicht so einfach. Und diesem Aspekt des Pflegehandelns jetzt einfach darüber nochmal Raum zu geben, das erschien uns halt tatsächlich, ja, wichtig und sinnvoll zu sein. Also wie kann ich eine Beziehung angehen, wie kann ich sie weiter gestalten, wie lässt sich das in der Praxis vielleicht auch evaluieren, ob das funktioniert. Vor allen Dingen sehen wir den Standard als Hilfestellung, diese Beziehungsgestaltung durchzuführen. Also zur Frage ist nun, ob ein Standard der richtige Ansatz ist, um die Beziehungsgestaltung zu befördern. Wie eben bereits gesagt, geht es nicht darum, dass der Standard oder das etwas standardisiert, vereinheitlicht werden soll, sondern dass ein Leistungsniveau festgelegt werden soll. Was, wie gestalte ich innerhalb der Pflege sinnvollerweise eine Beziehung mit Menschen mit Demenz? Wie gehe ich das an? Was muss ich dabei berücksichtigen? Wohin kann das letztendlich führen? Und das erscheint mir doch wertvoll, diesem wichtigen Gedanken, der in der Konsensuskonferenz durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders gewürdigt wurde und besonders positiv hervorgenommen wurde, diesem Aspekt in der Pflege dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Beachtung und damit auch eine höhere Chance zur Umsetzung zu verhelfen. Wie funktioniert der Standard in der Praxis, um sich das noch besser vorzustellen? Ist das vergleichbar mit einem Algorithmus, also mit einer Art von Handlungsempfehlung in bestimmten Fällen, wenn das und das passiert, dann soll man das und das tun? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also der Standard funktioniert weniger im Sinne eines Algorithmus, wo mit klassischen Wenn-Dann-Beziehungen gearbeitet wird, sondern wie übrigens alle anderen Expertenstandards auch, orientiert sich auch dieser DNQP-Expertenstandard an den Schritten des Pflegeprozesses. Weil wir gehen davon aus, dass das die Grundlage des professionellen Handelns ist. Die haben alle mal in der Ausbildung gelernt. Also ein systematisches Vorgehen angesichts bestimmter Probleme, pflegerischer Herausforderungen. Und das heißt, also auch dieser Standard beginnt damit, dass man sich zuerst ein Bild noch mal genau verschaffen muss, von der Art der Beeinträchtigung und die Voraussetzung der Beziehungsgestaltung. Und das ist die Grundlage, um dann damit weiterzumachen. Also es ist sozusagen eine Bestärkung, eine Konkretisierung des Pflegeprozesses in diesem Punkt. Und das ist, aus unserer Erfahrung beim DNQP, ist das eine gute Orientierung für die Implementierung, weil der Pflegeprozess in allen Bereichen auch eine Rolle spielt. Also die erste Herausforderung bei der Implementierung ist, diesen Expertenstandard in die Pflegeprozesse, die geführt werden, zu integrieren. Das ist eigentlich eine der, oder es ist nicht nur eine der, sondern es ist eigentlich die wesentliche Herausforderung. Wie sieht das denn auf der Ebene der Einführung des Standards in der Praxis aus? Krankenhaus, ambulante und stationäre Pflege? Was lässt sich dazu sagen? Also wir haben seit längeren Jahren ein Konzept für die modellhafte Implementierung entwickelt beim DNQP. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Implementierung eigentlich im ambulanten, stationären und Krankenhausbereich schon nach diesem Modell auch vorgenommen werden kann. Wobei wir natürlich wissen, dass das, was im ambulanten Pflegedienst dann konkret passiert, schon etwas anderes ist als im Krankenhaus. Aber unser Konzept sieht vor, zunächst eine Fortbildung der beteiligten Pflegekräfte vorzunehmen im Sinne der Standards hinsichtlich der Inhalte und der Intentionen, der Absichten, die dahinter stecken. Zweiter Schritt ist, man muss den Standard an einigen Stellen konkretisieren. Das ist sozusagen immer so ein bisschen abzuwägen. Die Standards haben bundesweit, haben den Anspruch, bundesweit anwendbar zu sein. Entsprechend allgemein müssen sie auch formuliert sein. Und das ist die zweite Aufgabe in der Implementierung, zu konkretisieren, was bedeutet das für einen ambulanten Pflegedienst, was bedeutet das im Krankenhaus. Der dritte Teil der Implementierung ist dann die tatsächliche Umsetzung. Und der vierte Teil ist die Evaluation, wie ist es also tatsächlich gewesen, ist er praktikabel und lassen sich die mit dem Standard verbundenen Ziele damit auch erreichen. Das ist das, wie wir es machen und in dem Implementierungsprojekt, was durch das DNQP begleitet wird, da setzen wir sehr stark auf den Netzwerkeffekt. Das heißt, wir bringen Leute zusammen, die alle den Standard einführen wollen, kriegen von uns einige hilfreiche Impulse, aber ansonsten setzen wir sehr stark darauf, dass sie beginnen, sich auszutauschen. Wie macht ihr dieses? Wie macht ihr jenes? Wie setzt ihr das um? Und da ist es natürlich so, dass die ambulanten Pflegedienste mehr miteinander reden, die Krankenhäuser mehr miteinander reden, ja, aber für alle da insgesamt doch ganz interessante Erkenntnisse immer dabei rauskommen. Welche Einrichtungen sind dabei, was die Implementierung anbelangt? Was lässt sich bis zum jetzigen Zeitpunkt darüber sagen? Also ich weiß natürlich, wer dabei ist, aber das halten wir dann tatsächlich erst, weil wir die Einrichtung auch natürlich begleiten wollen, auch ein bisschen schützen wollen, weil wir das auch nur weitergeben können, wenn sie die Genehmigung dafür geben. Deswegen kann ich das im Moment nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir alle Einrichtungstypen, also ambulante Pflege, Pflegeheim- und Krankenhäuser dabei haben. Es sind 28 Einrichtungen. Wie kann man sich den zeitlichen Rahmen insgesamt vorstellen, was die Implementierung anbelangt? Das Implementierungsprojekt in diesen vier Phasen, die ich gerade genannt habe, ist auf etwa sechs Monate ausgelegt. Mit Vorbereitungsphase und Auswertung wird es etwas länger dauern, bis das Ganze veröffentlicht ist, aber in den Einrichtungen selber dauert dieser Prozess etwa sechs, sieben Monate. Was auch als Frage immer wieder auftritt in diesem Zusammenhang, ist die Rechtsverbindlichkeit. Ist dieser Standard also auch rechtsverbindlich, wenn es zum Beispiel während der Arbeit zu Pflegeverletzungen kommt? Das mit der Rechtsverbindlichkeit ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Wir haben die DNQP-Expertenstandards und wir haben die Expertenstandards nach § 113a. Bislang ist noch kein einziger Expertenstandard nach § 113a SGBL veröffentlicht worden. Das Einzige, was bislang veröffentlicht sind, sind die DNQP-Expertenstandards. Und streng genommen gibt es kein Gesetz, das sagt, man muss danach arbeiten. Aber es gibt in der Pflegeversicherung und auch in der Krankenversicherung die Norm, nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zu versorgen. Darüber kann man sich sehr lange und sehr trefflich streiten. Wir sehen es beim DNQP so, dass die Expertenstandards schon einen Hinweis in die Richtung geben, was eigentlich der aktuelle Stand der Erkenntnisse zu bestimmten Themen ist. Und deswegen empfehlen wir natürlich sehr stark, die eigene Praxis vor dem Hintergrund zu reflektieren. Vielleicht ist es eine Bestätigung, vielleicht ist es eine Ergänzung und es dann so umzusenden. Aber um es nochmal konkret zu sagen, es gibt keine rechtliche Norm, einen Expertenstandard einführen zu müssen. Zumindest die vom DNQP nicht. So wie ich das verstanden habe, geht es ja auch darum, eine Debatte über die Frage auszulösen, was gute Pflege und Beziehungsarbeit eigentlich ausmachen. Weg von der Funktionalität der Pflege, von der Minutenpflege oder gar von der Industrialisierung der Pflege. Was lässt sich zu diesem eher brisanteren Thema sagen? Es gibt Expertenstandards zu Themen, die in der Pflegepraxis vorhanden sind. Das heißt, mit einfachen Worten, die Pflegenden brauchen eigentlich keinen Standard, um zu wissen, damit könnten sie etwas zu tun haben. Ob das nun Schmerzmanagement ist, Dekubitusprophylaxe, Kontinenzförderung oder jetzt halt eben Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Immens. Das heißt, wir bemühen uns, die sogenannten zentralen Qualitätsrisiken für die pflegerische Versorgung zum Ausgangspunkt eines Standards zu machen. Also Themen, mit denen Setting übergreifend, Ambulanz, Stationär, Krankenhaus, die Pflegenden zu tun haben, das ist ein Kriterium. Zweites Kriterium ist, es sind Dinge, von denen wir erwarten, dass die Zusammenführung des Wissens in einem Standard, die Implementierung, zu einer Praxisverbesserung führt. Das ist einfach die Annahme, die dahinter steht, sich zu verständigen, wie man denn in diesem Bereich tatsächlich sinnvollerweise vorgeht. Und dann ist es letztendlich ein Instrument der Berufsgruppe selbst. Das DNQP kooperiert mit dem Deutschen Pflegerat, wird sicherlich auch in Zukunft mit den Kammern kooperieren, um die Berufsgruppe dazu zu bringen, sich selber zu verständigen, was halten wir denn für angemessen, für realistisch, um es letztendlich umzusetzen. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist natürlich der, dann wird immer gesagt, naja, ihr müsst dann aber auch sagen, wie viel Personal es dafür braucht. Das können wir aber in der Form gar nicht so klar sagen. Weil die Umsetzungsbedingungen natürlich je nach Setting sehr unterschiedlich sind. Was wir uns erhoffen und zum Teil hat das funktioniert, ist, dass durch die Veröffentlichung eines Expertenstandards A deutlich wird, es ist eine pflegerische Aufgabe. Bei vielen Dingen wird das ja bestritten. Es ist eine pflegerische Aufgabe, also Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz ist eine pflegerische Aufgabe. Und bitte sehr, diese pflegerische Aufgabe bedarf auch eines Rahmens, der dann im Rahmen von der Verhandlung von Personalschlüsseln oder in der Verhandlung von leistungsrechtlichen Grundlagen ambulante Pflege oder bei der Berücksichtigung von Personalschlüsseln im Krankenhaus bitte Berücksichtigung finden soll. Also so rum wird eigentlich ein Schuh draus, wobei diese Diskussion schon relativ lange ist und auch immer wieder schwierig ist. Dem Vorwurf ist das DNQP immer wieder ausgesetzt. Ganz können wir ihn auch nicht von der Hand weisen, allerdings frage ich auch immer umgekehrt zurück, naja, wenn es jetzt keinen Expertenstandard gäbe, weiß ich nicht, haben wir auch keine wirklichen Anhaltszahlen für das Personal und wir kommen in der Stelle ja auch nicht weiter, aber die Standards sind eigentlich keine zusätzliche Anforderung, sondern sie werden konkret an Stellen, wo ohnehin eine Anforderung besteht, so muss man es formulieren und sind in diesem Sinne aus meiner Sicht eher eine Hilfestellung als ein extern erzeugtes Problem. Die Entwicklung des Standards erfolgt außerdem monodisziplinär, auf eine Disziplin bezogen, nämlich auf die Pflege. Warum ist das so? Warum werden nicht auch direkt andere Disziplinen mit einbezogen, zum Beispiel die Ergotherapie, die Medizin, die Psychologie, die Psychiatrie? Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung von Expertenstandards ist, dass das DNQP die Entwicklung monodisziplinär, monoprofessionell gestaltet. Auch das ist Gegenstand vielfältiger Kritik gewesen. Die Überlegungen dahinter sind folgendermaßen. Sich zu verständigen auf das, was das richtige Vorgehen, das angemessene Vorgehen ist, ist ein sehr komplizierter und sehr komplexer Prozess. Bloß weil 15 Menschen, die eine Expertise zu einem Thema haben, zusammenkommen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich einigen können, sondern tendenziell haben sie unterschiedliche Interessen, was da rein soll. Unsere Erfahrung ist es nun, dass es sinnvoll ist, zunächst einmal in der Gruppe der Pflegenden einen Konsens herzustellen, weil dieser Konsens keineswegs vorhanden ist. Manchmal glaubt man, dass immer die Pflegenden wissen, was sie tun. Das ist aber nicht so. Sondern sich zu verständigen, ist ein sehr komplexer Prozess. Diesem Prozess geben wir Raum. Wir lassen uns dabei beraten von sogenannten externen Fachberatern. Das können je nach Standardthema, können das mal Soziologen sein, das können Psychologen sein, das können auch mal Physiotherapeuten sein. Sportwissenschaftler hatten wir dabei. Neben externen Fachberatern bemühen wir uns auch immer die Betroffenenperspektive mit einzubeziehen. Jetzt bei dem Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz war die Alzheimergesellschaft beteiligt. Wir hatten bei einem anderen Standard schon mal die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation beteiligt. Das heißt, wir schotten uns da auch nicht ab. Aber wir haben es als sinnvoll erachtet, zunächst das pflegerische Handeln zu einem bestimmten Themenbereich zu beschreiben und zu definieren und darüber eine Grundlage zu haben, wie man multiprofessionell, multidisziplinär vielleicht die Probleme angehen kann. Man kann natürlich auch gleich die Entwicklung gemeinsam gestalten. Man wird dann aber oftmals an einer Frage hängenbleiben, wo man sagt, wer ist dafür jetzt zunächst zuständig? Und diese Diskussion umgeht man natürlich, indem man erst monodisziplinär die Dinge entwickelt und dann zusammenkommt. Wir sind bislang recht gut damit gefahren und wie gesagt, halten das aber an sich nicht für komplex genug. Aber der Irrglaube, der manchmal entsteht, ist, dass wir, weil wir monodisziplinär entwickeln, gegen interdisziplinäre, multidisziplinäre Praxisse. Das stimmt so nicht. Bislang ist ja auch die Frage noch offen, welcher Weg denn tatsächlich zu einer besseren interdisziplinären Praxis führt. Der Debatte stellen wir uns aber auch gern auch in Zukunft weiterhin. Abschließende Frage, worin besteht das Ziel dieses Standards neben der Verbesserung der Qualität? Also das Hauptziel ist natürlich tatsächlich die Beziehungsgestaltung der Pflege von Menschen mit Demenz zu verbessern, den Pflegenden dabei Unterstützung zu geben, hoffentlich dabei positive Auswirkungen für die Menschen mit Demenz mit zu erzeugen. Das ist sozusagen der Hauptaspekt, der Hauptqualitätsimpuls, der von diesem Standard letztendlich ausgehen soll. So, damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts zum neuen Expertenstandard angelangt. Am Mikrofon Markus Klug. In den nächsten zwei Folgen geht es noch einmal verstärkter um die inhaltliche Ebene dieses neuen Standards. Stichwort personenzentrierte Pflege. Als Gast begrüßen wir dann Christian Müller-Hergel, der selber Mitarbeiter am Dialog- und Transferzentrum Demenz ist und der außerdem Teil der Expertenkommission ist zu diesem neuen Standard. Und Christian Müller-Hergel wird uns dann noch einmal vertieft etwas über Beziehungspflege, über personenzentrierte Pflege erzählen, also über die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Standards. Das wird der Schwerpunkt in der nächsten Sendung sein. Und dann noch einmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Besuchen Sie auch unsere Webseite www.dialogzentrum-demenz.de Ich wiederhole noch einmal www.dialogzentrum-demenz.de www.dialogzentrum-demenz.de Denn dort finden Sie weitere Beiträge zu dieser neuen Serie der neue Expertenstandard in der Pflege von Menschen mit Demenz und außerdem mehr als 700 Beiträge zu den Themen Pflege, Demenz, Forschung und Pflegepraxis. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie auch in den nächsten zwei Folgen wieder dabei sind. Ihr Markus Klug. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie dabei waren. Das war der neue Expertenstandard für die Pflege von Menschen mit Demenz. Erfahren Sie mehr dazu in dieser neuen mehrteiligen Podcast-Serie. Moderation von Markus Klug produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Uni Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Auf Wiedersehen. Ihr Markus Klug.